So, jetzt schauen wir mal, ob meine Terafosa rauskommt und der Futtertierchen annimmt. Schwierig. So, jetzt machen wir die Zitrone. und schon ist sie des Todes jetzt hat sie gemerkt, dass was drin ist das heimchen jetzt auf die andere seite schauen wir mal, wo es rumkommt jetzt kommt es zurück jetzt gehört es gleich der Katz beziehungsweise der Spinne aha sie merkt Bewegung ich glaube sie hat es die Sinne sind total scharf oben sieht man den Augenhügel und die Brennhaare der Spinne gut das war es gut das wars fürs nah sein lass uns den Sch No pedals sei denn Untertitelung des ZDF, 2020